Do it right, do it left, do it right, do it left, do it right, do it left, fuck it right, goes live Moin Leute und herzlich willkommen zu einem allerersten, würde ich sagen, Video über das Game Fortnite, auch hier auf meinem Kanal Heute zocken wir den neuen Fortnite-Modus Reload in Rebound Und ich würde sagen, das ist jetzt meine zweite Runde Ähm, die ich heute stühle und deswegen habe ich vergessen, vorhin die Aufnahme zu starten, aber Nein, wir gucken mal, was wird, ne, der Er ist da Ach komm, die haben alle keine Pump-Terror, was ist das? Hier hinten ist viel Stuff Natürlich auch nix Ey, die Waffe habe ich so oft gefunden, ne Das ist so ein Joke Ach komm, heute ist echt nicht mein Tag in dem Game Da hinten liegt noch was, aber ich glaube nicht, dass ich da hinten wäre Perfekt Ach komm, ey Nein, das runter Perfekt Perfekt Händlich Ich glaube, das ist da oben, ja, da Ey, warum sterben die jetzt alle? Okay, hier ist auch einer Perfekt Perfekt Neuner Hit Neuner Hit Perfekt 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 Jo, was ist das? Ach komm, wenn das jetzt wieder so ne Runde ist wie vorhin Ach komm Meine Mates, wo sind die? Ihr könnt mich mal hier Schade, schade Aber Könnt ihr gerne, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, wie ihr den Modus findet Ich finde ihn sehr geil, wegen den ganzen OG-Waffen Ja, wir können auch gerne mal, wenn ihr Bock habt am Wochenende Können wir zusammen mal auch natürlich ne Runde zocken Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ja, ich hab Bock Und dann nennen wir erst noch Epic Games, den Epic-Namen Dann einfach rein in die Runde kommen Ey, bitte Du Anfänger Hol den Dicker, das ist jetzt nicht wahr Okay, zweite Runde, let's go Okay, das ist immer eine zweite Runde Moin, das ist ein Fan Okay, let's go Äh, nee, komm, lass halt mal tilt it Bro, okay Perfekt So Komm, wir gehen tilt it Wir droppen, wie immer, hier unten dem Haus Das ist das OG-Haus für mich Ein HP, genau, perfekt Gehen wir rein Let's go Okay, oder lass Oh, oder der kommt hoch Das geht natürlich auch Ich würde ihn gerne überraschen Oh, da ist er down Ich muss mal ausdänzen Perfekt Oh, da steht auch einer Oh, da ist er auch down Ey, komm, wenn dich jetzt jemand wiederbelegt Dann hast du echt Lack Oh, oder so Ach, nee Kannst dir keinem erzählen Bitte Soll ich versuchen Okay Also, peinlicher geht's ja wohl nicht Aber Ehre Wäre geil, wenn du mich hielst Ey, nein Obwohl, der trifft eh nicht Zieh durch Oh, der trifft ehre Oh, ein Bot Oh, ist die noch irgendwo hin? Boah, Kloß Freifert Ach komm, ihr könnt mir nicht erzählen Dass das eine öffentliche Runde ist Also, ne Das kann man mir nicht erzählen Kämpf doch gegen Selber Oh, der hat mir nur das Schild weggenommen Sauber Komm, was ist das? Komm, ich spiele mit der Ich kann euch nichts versprechen Dass ich gut damit werde Aber Naja, mal gucken, ne Aber ein Nullbaum Wird halt nicht so viel gebaut, ne Ich glaube, das ist ja so kacke Ach, ich glaube, der mit den Kehl Die haben sich ja selber gegeben Boah, geil Ja, ich glaube, der mit den Kehl Okay, das ist ein echter Spieler Okay, doch nicht Nicht noch einer, bitte Bleib weg Hä, als ob Hä, als ob Okay, das war schon mit allen So, ich habe noch ein ganzes Team Guck, die liefen alle Guck mal, was für Lappen Oh, kein Headshot, aber Ähnliches sind ein Treffer Oh, saftig Okay, das sind echte Spieler Ja, ich konnte nichts machen Ich hatte keinen Sprint mehr Schade, schade Wenn es euch gefallen hat Lasst gerne ein Like und ein Abo da Und ja Dann sehen wir uns das nächste Mal Schreibt einfach in die Kommentare Ob ihr Bock habt, mal am Wochenende zu zotten Und dann, bis dann Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal Sitzelt Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal